Hier kommt bestimmt gleich was. Ein Golem. Natürlich. Wie immun. Hallo. Jetzt nehme ich einmal den. 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 Und gehe da durch. Wenn meine Magika wieder voll ist. Das wird nicht passieren. Okay. Kann ich da hinten erstmal lähmen? Das ist schon mal gut. Da ist ja noch einer. Ich muss erstmal was trinken. Dann machen wir mal die 5. Verstanden. Dann machen wir den. Dann noch irgendwelche wieder her. Jetzt habe ich wieder keiner. Dann muss ich nur mal den trinken. Meine Güte. Hier ein bisschen Glitz. Wie viel sind das denn? Dann muss ich nur mal den trinken. Dann muss ich nur mal den davon trinken. Dann machen die mal ein Eis drauf. Dann machen wir mal ein bisschen Frost. Hier wieder standen. Sollte kein Problem sein. Wer hast du nicht drauf? Schon kommt. Wird erledigt. Hätte ich gar nicht trinken brauchen. Aber ich hatte schon allen möglichen Schutz an. Zeichen der Stärke. Das ist aber gar nicht so einfach hier. Ich bin hier wieder weg. Massive Tür. Speichern. Und das Hinsetzen. Durch. Ich. Moin. Ja. Schön. Dann. Hallo. Ich glaube es geht los. Nein. Nicht rausnehmen. Hör doch mal auf damit. Die Kälte ist schlecht. Das hat erledigt. So. Fangen wir an. Nächstes Semester. Achso. Na. Gehst du weg. Okay. Hast du eine Geistertür? Was ist das? Slaverenträumen verloren. Da bin ich definitiv richtig. Ich will erst mal noch die andere Tür benutzen. Meine Güte. Ich wollte nur mal. Mich ein bisschen schützen gerade. Den. 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 Aufmachen und pausieren. Stelle fest hier ist keiner. Doch ein Gulen. Schon wieder nackter. Wird erledigt. Na toll. Lass ihn mal den Stein liegen. Kann ich mir Trost schon ein Essen. Kein Problem. Guck dir ihn nochmal an. Jetzt steht er nackt. Du erst mal nicht. Der ist auch ein bisschen erregt schon würde ich sagen. Jetzt machen wir doch mal einen ordentlichen Zauber hier. Erst mal Trink nochmal ein. Ich muss mich dringend regenerieren. Ich muss dringend einkaufen. Dringend verkaufen. Eigentlich muss ich fertig was mit dem Plan geht. Mann ist der schmutzig. Der Nächste. Der Nächste. Gut, fangen wir an. Und die Tränken waren alle. Und die Tränken waren alle. Die Zeit spielt schon wieder gegen mich. Gehe ich jetzt durch die Geistertür. Komme ich dann zurück. Ich speichere erst mal. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann mache ich das natürlich. Dann gehen wir mal gucken. Na super. So, dann nehmen wir den. Ein bisschen Feuer oben drauf. Das interessiert den gar nicht. Hallo. Was machst du da? Oh. Geschick. Das ist ein Mauselock. Wir sind zwei. Das sind's der Klugheit. Jetzt bräuchte ich eine Strategie. Ähm. Ich hab keine. Ich hab keine. Verstanden. Ich hab immer auf, das wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, wieso er das immer macht. Ich hab nicht. Es kann nur einen Sieger geben. Ich hab nicht genug Magie für die Jungs. Aber sie treffen mich nicht. Ach, die kommen nicht auf die Goldhaufen drauf. Das ist natürlich traurig. Dauert ja zwar ein bisschen länger, aber ich will nicht schon wieder meine schöne Soße, meine blaue Soße vergeuden. Du wolltest es so. Genau. Ich brauche ein bisschen mehr auf Magie. Regeneration. Bleib stehen! Hm. Es kann nur einen Sieger geben. Zeig mir, was du kannst! Wenn der Staat einfach überhaupt keinen Schaden war. nicht besiegen kannst. Also null. Verstanden. Exzellent! Ja, das muss ich auch mal sagen. Da brauche ich eine massive Power. Kann ich nochmal speichern auf den Träumen. Dann gehen wir durch. Hier ist nix. Oh, toll. Konstitution. Und Geschick. Und Geschick. Kann ich auch schon tragen. Kann ich auch schon tragen. 6,80. 90% Chance, das hier in Brand zu stecken. Oh, plus 5,30. Eine Zauberkraft weniger. Meine Regeneration wird gegen Gesundheitsregeneration ausgetauscht. 8 Geistschan. Tja. Tja. Ach, eine sehr hohe Reichweite. Ich denke, ich habe keine 40 Magie. Doch, 41. Ja, in dem Falle kann ich den eigentlich mal anziehen, ne? Obwohl ich eigentlich kein Blutmagier werden wollte. Hallo? Habe ich noch nicht aktiviert? Warte. Da ist diese Geistertür. Und hier ist die echte Tür. Speichern. Unbedingt. So, dann gucken wir doch mal. Was uns hier erwartet. Dann nochmal Feuer. Ball. Gut, haben wir ihn. Ah, verstehe. Oh Gott, so viele noch. Och, das ist ja völlig... Wenig. Aber ich glaube, hier bin ich erstmal fertig. Haben wir jetzt diesen komischen Stein-Typ. Gehen wir nochmal in die Invasion der dunklen Brut. Und holen uns noch die Steintür da ab. Da war irgendwo noch eine. Und dann würde ich auch sagen, mache ich erstmal ein Aufnahmpäuschen. Da muss ich auf jeden Fall erstmal pausieren. Das war hier. Okay. Es sei denn, ich mache jetzt gleich den Boss, der da hinter der Tür steht. Das ist nicht so ganz der Boss, aber naja. Hä? Das wollte ich nicht. Na, klasse. So. Der Stab ist deutlich besser. Gut, ähm... Da stehen ja noch genug. Ich weiß, wenn ich mal einen Stein kann. Nichts. Okay. Ähm... Darf ich vielleicht auch mal mitspielen? So, Jungs. Zeit für Rock'n'Roll. Oh, der hat auch keine Magie mehr. Gut, pack'n wir an. Ja, nur einer. Gesandter der dunklen Brust. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, ich hab schon wieder keine Magie gehabt. Hui, wie spannend. Wann das alle? Nee. Wann ist nicht. Gut. Den einen muss ich dann wohl noch machen, ne? Das will ich doch schwer hoffen. Das wollte ich grad machen. Ach, das ist wieder so einer. Moin. Moin. Äh... Udkiel, der Zermalmer. Ich hab' mich selbst getroffen. Geil. Ja, es war hervorragend grade. Hallo? Bock? Stand da grade Bock? Hör mal auf, die zu verzaubern. Geh doch mal auf. Mann. Ich konnte wieder nichts machen. Ich hab' auch mit dem falschen Schaden gefangen. Ja, ich hätte sofort... Jetzt machen wir's anders. Wir machen das jetzt anders. Pass mal auf. Erstmal Ghulam und die Tür auf. Dann machen wir Ghulam weg. Und spielen mal so ein bisschen. Versuchen, ihn erstmal zu lähmen. Das übliche. Das funktioniert nicht. Das ist schon mal doof. Ach. Jetzt hat er den Zauber wieder weggeschmissen. Also sowas. So. So. Jetzt wird es los. Ich mach dir mal einen Schutz auf die Faust. Und schmeiß mal ne Faust. Hör auf zu kämpfen. Das war knapp. Waaaah. Ha ha ha. Okay, Frost. Exzellent. Hui, haben wir ihn geschafft. So, wie viel haben wir denn schon? Hier ist nichts. Okay. Achso, das sehe ich ja hier. Drei von fünf. Dann machen wir nochmal den Albtraum des Templars. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so lange. Oh Mann. Speichern. Der Albtraum des Templars. Dann muss ja auch irgendwo eine Tür sein, die mich sonst wohin führt. Ich glaube, ich kam durch ein Mauseloch da an die richtige Stelle. Das da vielleicht? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nee. Total nichts. Ach, hier ist auch noch eins. Halt. Halt. Nein. So, ich jetzt, ne? Wo, wie bin ich? Äh, der Alarm? Mach dich mal unsichtbar. Ich bin langsamer. Hm, na schön. Mh, Uga. Der macht ordentlich Bums. Also, mach mal auch mal Bums. Das interessiert ihn gar nicht. Hey. Da ist ja noch einer. Hallo. Ich spiele aber auch mit, ne? Entschuldigkeit ist rüber. Hier. Haus. Ist ein Literaturstück. Was ist denn das? Kann ich... Ist das ein Geist? Äh, Dings? Nö. Wie bin ich hergekommen mit dem Mauseloch, ne? Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich speichere noch einmal ganz normal auf die... auf die... auf die Träume. Kann man sagen, ne? So. Zwei Türen, die lasse ich mal noch. Hier links. Das war schnell. So, Feuergestalt. Hier sollte ich mich wieder tarnen. Ich hab's nicht getan. Hier, Stein. Auf die Mütze, Junge. Komm mal her. Hallo. Da ist ne Geistertür. Hallo. Freischalten nicht möglich. Wieso? Ah, jetzt geht's. Ich, äh... Wo bin ich denn? Ich bin ein bisschen verbirrt. Das macht ja nichts. Mist. Mein Zauber ist noch nicht frei. Dann kommt man hier. Dann machen wir uns schon wieder zusammen. Also, als Steinfigur ist das gar nicht so schwer. Zeitweise. Außer es geht gegen Magier. Dann bin ich wirklich schlecht. Ich bin ein bisschen verbirrt. So, stille Post. Hallo. Ich bin da gerade Blümchen geflogen. Greif mich denn da an? Ich muss noch was essen. Jetzt nicht mehr. Okay, durchs Mauseloch wäre ich da wohl auch durchgekommen. Speichern. Meine Güte, ich versinke schon wieder im Stuhl. Gut, fangen wir an. Mhm. Bin die Tür im Feuer. Das war knapp. Hallo? So, stille Post. Hallo? Angreifen? Äh. Gut, dass ich ein paar Areas so gemacht habe, geskillt habe. Ich hätte so die Dapp ihnen dann auch noch mal skilen können. Wie ihr wünscht. Immun gegen Einfrieren? Gut zu wissen. So, speichern. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch auf der Platte habe. Oh. Na, aber hallo. Wo sind sie denn? Ich habe schon ein paar Lacks. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Nee, das war zu dicht dran. Wie? Komm schon. Wie, schon wieder? Ich will auch spielen. Ähm. Gut, dann versuchen wir auch mal einzuführen. Gut, fangen wir an. Hallo, Zauber. Exzellent. 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 Ah, noch ein Quest aktualisiert. Sehr schön. Gut, fangen wir an. Einer fehlt noch. Und dann muss ich erstmal die Außenringe machen. Ich, äh. Sekunde, ich pausier mal gerade. Okay, da bin ich wieder. Ich musste nur mal gucken, wie viel Platz ich noch auf der Platte habe. Ja, ein bisschen habe ich nur. Hier war ich natürlich schon mal. Aber wo war ich denn noch nicht? Äh. Warte, frage. Hier brauche ich erstmal eine massive Faust. Trotz der Feuer. Wird gespeichert. Ein Feuerball gefällig. Erstmal gucken, wie wir den am besten. Vielleicht. 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 So, dann nehmen wir mal den. Äh. Hä? Wie gefallen? Hallo? Lauf doch mal. Okay, die vier. Ähm. Ja, so vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Golem aushalte. Dass die auch immer um mich herumlaufen müssen. Okay, sie machen jedenfalls nicht viel Schaden. Ist ja erstmal gut. Klopp, klopp, klopp. Vielleicht muss der hinten noch so eine Führ zerschmettern. Deswegen bleibe ich mal gerade noch in der Position. Speichern. Was ist das? Raghos. Das sieht nach Feuer aus. So, dann fangen wir an. Verstanden. So, ein bisschen gezauberert. Hat man immerhin geschadet. Bitte schön. Und tschüss. Stärke. Wir haben alle befreit. Naja, alle wäre übertrieben. Da ist noch Mause. Da war ich mal drin, glaube ich. Kann ich die Karte auch bewegen? Nee. Ähm, wir können jetzt natürlich noch die anderen drei Bereiche absuchen. Das werde ich auch machen. Wenn, dann machen wir es natürlich vollständig. Verstanden. Verstanden. So, wir kommen in die Mitte. Wir gehen aber erst mal in einen Alptraum. Also, wir kommen in die Mitte. Wir kommen in die Mitte. Wir kommen in die Mitte.